Das letzte Einzelzeitfahren der Tour liegt hinter uns. Chris Froome hat es gewonnen und damit eindeutig seine Stärke bei der diesjährigen Tour gewiesen. Er ist der stärkste Fahrer der Favoriten und er hat das stärkste Team um sich herum beziehungsweise auch das Team, was uneingeschränkt ihm zuarbeitet. Damit ist der dritte Toursieg für Chris Froome. Eigentlich nur noch Formsache. Auf der letzten Alpenetappe wird er kein Hunger hast. Er wird nicht so einbrechen, dass die anderen Favoriten an ihm vorbeiziehen. Darum wird er in Paris erneut als Sieger über den Strich fahren. Mehr braucht man eigentlich bei einer Einzelzeitfahren noch nicht zu sagen. Vor allem wenn man dann auch sieht, dass Tony Martin die deutsche Hoffnung definitiv rausgenommen hat. Und mit der Entscheidung nichts zu tun hatte. Und bis auf Tom Dumoulin und Chris Froome sind sowieso alle anderen in einer anderen Welt gefahren. Also es war ein relativ einseitiges Einsitzentfangen. In dem Sinne freuen wir uns auf die letzte richtig große Alpenetappe. über die letzte Zeitung. Aber für den Frisch bringen, die auch die Möglichkeit sie haben. Die Frau, 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 die Frau effizientate... Untertitelung des ZDF, 2020